hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu tell me why wir sind am haus angekommen und müssen jetzt ja es durchsuchen ich versuche gerade zu gucken wie schnell laufen kann ich würde schon noch gerne ein bisschen gucken hier ich hatte mir das haus ein bisschen größer vorgestellt wenn ich ehrlich bin jetzt kann ich was ist mitgekommen hey it's locked all right how did she get around on these roads with this thing she'd rather have broken her neck than spend money on a new one yeah still waiting for those bikes she promised us uncle eddie got me one but i hardly ever used it was she doing out here that night come on man stop thinking about that homemade cleaning products may be better for the planet but they do not have the same shelf life oh add it to the shopping list no well at least the tools are still here that'll help with their repairs they're good quality to marianne wanted stuff like that to last she did not like us using her tools she was probably just afraid we'd hurt ourselves or she thought we'd go on a rampage and tear up her precious plans and we would have so also die nennen ihre mutter mary ann so wie sie halt auch heißt aber jetzt nicht mom oder so und das ist etwas was mir ein bisschen oh i can't believe these are still here yeah we should hide them so they don't frighten away potential buyers i can't believe these are still here yeah we should hide them so they don't frighten away remember how mad she'd get if we didn't use the compost and she always knew when we were lying waste not or kiss the planet goodbye what'd you find our hidden treasure seriously how do we think the stash it there goblin secrets are always well kept what'd you find our hidden treasure seriously how do we think the stash it there goblin secrets are always well kept man kann sich das alles hier noch so angucken das finde ich irgendwie geil wow mit so einem zugefrorenen see hier direkt geil musst du halt nur aufpassen wenn du kinder hast ne you really want to go out there nein no you're right ist ja gut ich wollte eigentlich nur so little early to try to cross the lake i know it looks totally frozen but they're probably thin patches hey danger part of the phone let's not press your luck on your first day back i wonder if there are still fish in the lake uncle eddie taught us to fish here yeah so she could keep an eye on us from the porch we didn't trust anyone with us not completely not even eddie yeah but it was still a good memory see you do have some good memories with uncle eddie yeah yeah at least we don't have any use for this right now luckily remember the snowstorm in 2004 marianne had us digging for hours ja ein spiel gemacht sie wollte nicht um hüfe bitten nicht so ein schaufeln stundenlang sie hat es zu einem spiel gemacht ja gut so ich habe ich alles erstmal hier so drumherum dann würde ich sagen können wir jetzt reingehen ich wollte trotzdem mal zum fenster gehen lock well it's a good thing i remembered this you sure that's the right key yes maybe someone changed the lock who would change the lock on us i don't know we're screwed you got a plan b yeah we find another way and i never knew a locked door that could keep the crafty goblins out yeah we had a million ways in and out of this old house at least one of them's gotta work toll jetzt muss ich halt doch noch mal wieder ums haus the crafty goblins i haven't thought about them in forever or should i say us we almost spent more time as goblins than we did as kids oh do you remember all the other characters the moon hag the ice king the old bear most of them i think but the details are fuzzy hey do you know what happened to the book with all the stories no no idea but i'm sure it'll turn up when we clean this place out doesn't seem like the greenest source of energy not like she had the money for solar panels so versuchen wir es mal hier we don't seem to have any it's no good i can open this one either it's okay we'll find another way in boah i dacht grad da steht einer ey das ist nur der vorhang hab ich gerade angst gekriegt open sesame dann haben wir doch hier dann haben wir doch hier okay aber die hütte ist doch auch zu so at least the shed still standing yep i don't want to think about what might be living inside it though well better alive than dead hey it's locked all right ach alison du bist im weg okay there should be something in here that'll work i guess marianne left us something useful huh yeah we still have to find a way to get inside though and please no broken windows we'll see ya what's happening do you feel that oh erinnerung gedrückt halt um dich auf dem auf dein wo drauf zu konzentrieren erinnern and don't leave this room until everything looks as clean as a whistle ugh this is the millionth time i've gotten in trouble because of you you and your big mouth hey you were thinking the same thing you just weren't brave enough to tell her what good would it do it's not like she ever listens to us anyway well i'd rather scream it right in her stupid face than be a quiet little mouse oh we forgot the key we need to put it back maybe we could hide it somewhere you know for fun goblins are supposed to help the princess not play mean tricks whatever you're not fun i'm only trying not to make her even worse wow did that just happen i don't know but i saw it too it felt like it did when we used to share thoughts with our voice it did but that was a memory of us ten years ago right vaguely remember it happening i think so and uh that's new right yeah we could share thoughts and feelings but we never replayed memories like that why would it happen and why that memory i don't know it's pretty eerie it's weird but our voice was always a good thing this could be too and feeling something again near the barn yeah me too ach das ist echt cool achso falsch hurry let's go see the silent frog coming i'm coming what stop sulking i told you already i'm sorry no you're not okay guess you don't want to see what i put in the treasure room then what no i wanna see i guess we know where to search now you just have to remember which one is the silent frog so which one of you is hiding the key damn where is the key seriously kidding oh come on okay okay sorry man sieht doch dass das der stumme ist jetzt können wir aufschließen achso nicht noch nicht hier muss er da aufschließen wir sind drin hier können wir nicht rein was das vogelfutter vogelfutter ist hier nichts ne ich glaube es ist dein glücker Tag bürger Freunde sonst ist hier nichts ne got it alles das für einen Schraubringer hast du eine bessere Idee wie in die zu kommen du hast eine bessere Idee wie in die zu kommen hast du eine bessere Idee wie in die zu kommen ich will die Vögelchen füttern ich will das machen ja die 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 Nee, kommen noch keine. Ich dachte, man könnte jetzt sehen, wie die Vögel da jetzt so hinkommen. Ich will da nicht reingehen. Ach, Florian. Warum spüren wir eigentlich ihn die ganze Zeit? Die ganzen Spinnweben. Ich dachte, ich würde da nicht reingehen, ey. Aua. I'm outside. But I can hear you in my head. Our voice. It's back. Holy shit. I don't suppose you remember how to get to the hatch. I think so. We'll have dragons. Straight ahead. Need to go left, I think. Links. Ich gehe rechts. You were right. Nothing here. Of course I was. Trotzdem gucken. I would have taken the gold. Not even in your dreams. Nee, da komme ich nicht durch. Okay. Boah, das ist so fucking unheimlich. Nach den Kobolden wieder links. Wir gehen aber mal rechts. Nope. Es war auf der rechten. Mein Bad. Okay, dann gehen wir links. Ich will ja gucken, was hier sonst noch so ist. Da ist noch ein Häschen oder ein Elch? Wow. Ich kann nicht sagen, dass ich dich noch nie erwartet habe. Es war ein langer Zeit, Junge. Dann gehen wir jetzt hier lang. Boah. Schon alleine, wenn da so Sachen zugedeckt sind, ne? Ach, guck mal. Hier ist der Schatz. Du war recht, Sis. Of course. A Goblin never forgets where she stashed her treasure. Not even should a thousand years pass. Marianne grilled us about all these missing dishes. But a Goblin never gives up their treasure. Pink. It always had to be pink. I found her old kite. Heh. I think its wings have been clipped though. Rest in peace, brave bird. Pass the treasure. Straight ahead. Straight ahead. You know, I almost convinced myself. Our voice was just another child of fantasy. Me too. But we really are connected. The Mad Hunter. Why am I still afraid to say his name? He was Marianne's creation. She made all the creepy characters. Mhm. Ihre Mutter hat Ihnen also immer von so einem Gruseltypen erzählt? Von so einem Jäger? Gab's den vielleicht wirklich? Ich muss sagen, die Frisur von ihm gefällt mir richtig gut. Ich mag das. Also wenn an Männern. Hm, gefällt mir. Die haben aber sehr spärlich gelebt, ne? Ah. Ah. Salah. Hm. Das Haus hat noch eine zweite Etage, hätte ich jetzt nicht gedacht. Oder eine erste Etage, wenn man es ja so will. Tyler, bist du da drin? Tyler? Coming! Are you okay? Olive. Good to hear your voice again. Yeah. Same here. So, coming in or what? Just working up to it. Ihr fällt das viel schwerer als ihm. Well, we're here. Here we are. So. How do we get started? We figure out what to keep, what to trash and see what else this house might be trying to show us. Okay, dann wollen wir mal. Boah, die Tapie ist ja sowas von hässlich, ey. Ähm. Wow. It doesn't seem real. Wollen wir mal hier gucken. Hier ist nix. Of course. Of course. The lights. No power. Alright. Let's see. Broken shelf. Broken char. And the washing machine. Broken. The dryer never worked to begin with. Mary Ann thought dryers were straight up evil. Energy hogs. I hated hanging drippy laundry. I refused to change for a few weeks once, so I wouldn't have to do it. Gott. Was war das denn für ne Mutter, ey? Okay. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wenn ich ehrlich bin. We should take down the creepy masks if we don't want to scare the buyers away. Oh, so now you don't want to scare someone with those masks. Sind sie echt? Sie ist authentisch, Linket? Ich warte. Ich bin froh, dass Mary Ann kaufen würde fakes. 20 Jahre vorhin alle kaufen fakes. Mhm. Päreltsamme sie mal gut. Oh. This bathroom still smells like Mary Ann. Good scrub, und wir werden auch von dem. Wir waren so kompetitiv, über die, die märchig warst. Wie, wir eigentlich hatten nichts mit dem. Und nach all das, es endete in einem tie. Ja. None of that crazy stretching I did made any difference. Mhm. Spiegel. Okay. Okay. Mary Ann made soap. Still here after 10 years. Impressive. You could say that about the entire house. I tried to bury this dress in the backyard, but Mary Ann caught me. It was a pretty dress. Yeah, well, we both know pretty was never my thing. Also, er wollte die ganze Zeit halt, ähm, ein Junge sein. Und, äh, die Mutter hat das halt, wie, äh, also wirklich immer wieder, ähm, ne, boykottiert. Oder wollte es nicht wahrhaben. So, ähm, hört sich das jetzt halt heraus. Nicht, wenn wir sie kaputt gemacht haben, ich repariere gern Dinge, hätte sie sich nur mal selbst repariert. Ja, well, she could have tried a little harder to fix her own head. Can you picture Mary Ann talking to a shrink? No. And speaking of... Therapy's expensive. And I'm fine. Hm. Hm. What was she hoping to do with all these jars? She used to barter for our clothes with homemade jam. She tried everything to make ends meet. Well, not everything. Best mom. You think we ever really believed that? Or were we just trying to make her happy? Either way, it wasn't true. Boah, das ist doch schon ziemlich hart, ne? Guess we never had time to complete the collection. These came out of one of the prize machines at the Becky's store, right? Yeah. You'd slide the quarters inside on the little tray. And then magic. Out pops the sticker. A süßes Sticker. Sticker. Überall so Vorhänger. After all this time, I... I thought I'd feel more prepared to deal with this mess. 2005. Of course. The last few months are almost all blank. Only a few appointments. Most of them canceled. What kind of appointments? Hairdressing, I think. Oh yeah. She did that for a while. And that's too much. Okay. We're gonna do it again. We're going to do it again. We have a love. I love you. I love you too. But you don't write here. reinschreiben Hä, konnten wir noch weiter vielleicht? Ich hab jetzt nicht drauf geachtet Nee Hey, sie hat hier ein paar kleine Hörer Oh Was? Mars 7 Oh Ich versteh's noch nicht so ganz Zu wem hatte die Mutter denn jetzt das schlechtere Verhältnis? Es wirkt fast so, als hätte sie zu ihr hier das schlechtere Verhältnis Ich hab was Erinnern Um, Mom? About me joining the hockey team? Mom Sorry, what? Not now Maybe next year But you promised Keep whining and my next year will become never Can you cut my hair? Your hair is fine But I want to cut it short Really short What? Look, I'm tired And I'm busy Let's talk about this later You always say that Mary Ann said no to everything Made me so pissed She was always on edge She was always on edge those last few months Yeah And completely deaf to everything I was telling her I needed She pretty much always said no to me too True But it felt personal with me I didn't realize how much I miss the smell of firewood I miss the cold winter nights curled up here With big mugs of hot cocoa Yeah Mary Ann was so tired She was usually asleep on the couch Ah That's why it was so nice No Mary Ann We used our voice so we didn't wake her up And then we'd be up all night telling stories And watching the fire die And Mary Ann was none the wiser She was trying to save the planet Way before Al Gore made it cool Has Al Gore ever made anything cool? Nah I guess she was right about one thing But you can't really blame anyone for not listening to crazy Mary Ann Ronan We here drüber gezwitscht sind She took so many pictures Yeah Like she had to document every second of our lives Es entlockte ihr ein Lächeln Irgendwie nervig Willst du ein paar davon behalten? You can keep some of them If you want No thanks I mean I like the photos of us But I don't think I can forget that she was the one aiming the camera Okay Wow I'm so embarrassed for us Many Da Vinci's we were not She saved every drawing we ever did There's a couple of these in my keep Okay Hier ist jetzt nichts Wir können mit ihr sprechen Machen wir auch gleich Verschieben Lesen Was haben wir denn da gefunden Hey Mom Hallo Mom Es tut uns leid, dass die Vase kaputt ist Wir wussten nicht, dass du sie so mochtest Wir müssen besser aufpassen und nicht im Fensterzimmer spielen Nächstes Mal versuchen wir vernünftiger zu sein Bitte sei nicht mehr böse auf uns Mir tut es auch leid Wir sollten vorsichtiger sein Ich bin sehr traurig, dass wir dich zum Bein gebracht haben Wir sollten lieber draußen spielen Ich werde Olli bitten, nicht immer so wild zu sein Wir machen es nie wieder Tut uns leid Unser Entschuldigungsbrief Überleg mal, das ist zehn Jahre lang hier so liegen geblieben Alles, ne Das ist so krass eigentlich Glaubst du Okay, mehr haben wir hier nicht Haben wir hier noch was Wo ist sie? Wir können kurz mit ihr reden Zu viel zu verarbeiten? Keine Ahnung, wie ich mich fühle Leichter als ich dachte Ja, irgendwie geht es ihm auch It's not as hard as I thought But then Fireweed was all about Learning how to regulate your emotional response to stress And that's working I think it helps to focus on the fact that we're here to let it go Well, I don't think I can let it go until it's actually gone Na gut, meine Lieben Ich sag jetzt dann auch mal Ich muss mich jetzt verabschieden Tschüssi, bis zum nächsten Mal